Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen hier auf dem Kanal zum nächsten Livestream. Ich spiele heute wieder weiter mit Assassin's Creed 3 Remastered. 28% haben wir abgeschlossen, 10 Stunden Spielzeit. Heute der vierte Stream zu Assassin's Creed 3. Und geht natürlich in der Geschichte weiter, wo wir letztes Mal ausgehört haben. Letztes Mal gab es die Tea Party. Das ist schon ein paar Tage her, aber es gab ja auch, da waren ja Osterfeiertage und so. Wegen den Osterfeiertagen gab es ein bisschen Pause, was Assassin's Creed angeht. Heute geht es weiter. So, angekommen in Boston. Schönes Wetter heute, wir müssen mal Hetzel lauter machen, hör gar nicht jetzt vom Spiel. So, Arno und Jax, willkommen, hallo. Und Udo, guten Abend auch an dich. So, ich glaube aber, ich müsste hier, glaube ich, jetzt storymäßig das Ding verlassen. Ja. Ich habe auch hier ganz gut Sachen eingesammelt in Boston. Alle Punkte geholt. Es sind hier noch ein paar Befreiungsmissionen, aber die sind, ne, ich habe jetzt keine Lust. Ich könnte aber hier nochmal schnell vielleicht das vor einnehmen. Das ist bestimmt witzig. So, gehen wir da mal hin. Wolverpool, guten Tag. Aus New York, oh, nicht schlecht. Bist du auf Reisen, viel Spaß da. Und Masch, auch guten Abend an dich, hallo. Passt ja, wenn du in New York bist. Wir erleben hier heute auch gerade mal wieder amerikanische Geschichte. Jetzt nach den Osterfeiertagen hat man wieder ein bisschen Zeit. Gentlemen. Allerdings, ähm, kleine Info. Muss, musste ich leider, äh, leider die Musik ausstellen im Spiel. Denn im letzten Stream gab es ja, wie gesagt, die Boston Tea Party und die Musik, die dort im Hintergrund lief. Trouble in Town hieß das Stück. Ähm, wurde wegen Urheberrecht, äh, an meinem Video, an dem Stream, äh, geclaimt. Und deswegen, deswegen wurde der ganze Stream von mir, äh, wegen urheberrechtlichen, äh, Inhalten gemeldet. Wegen der Musik. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn man zwei Stunden streamt und zwei Minuten Musik drin vorkommt, die ich nicht zeigen darf. Oder ja, naja. Damit das nicht normal vorkommt, habe ich, musste ich leider die Musik ausmachen. Das geht, geht immer Atmosphäre flöten, wenn man ein Spiel ohne Musik spielt. Aber bevor ich da noch weitere Probleme bekomme, kann man nichts machen. So, wir haben hier einen neuen Rekruten für den Assassinen-Club. Ich denke, das ist eine kluge Entscheidung. Ich will so kämpfen können wie ihr. Du hast das Zeug zu einem großartigen Assassinen. Aus eurem Mund bedeutet das eine Menge. Äh, Schlafen, hallo, erstmal moin moin. Ausbildung machst du in Amerika, das ist natürlich auch geil. Meoli, hallo. Ne, das hat nichts mit Artikel 13 zu tun. Das ist einfach das Content-Indie-System, wie es normal ist. Musik auf YouTube ist immer, immer schon geahndet worden. Auch in verschiedenen Spielen. Red Dead Redemption zum Beispiel, gibt es auch so einen Track, der bei mir gemeldet wurde. Zu Last of Us damals. Das ist immer ein ganz normales Thema. Star Wars Musik zum Beispiel darf man ja auch nicht zeigen. Also die Videos werden nicht gesperrt oder sowas. Sondern die werden geclaimt und ähm, dann schalten die selbstständig denen, denen das Musikstück gehört oder die Firma die schalten dann die Werbung in dem Video und die kriegen dann alle Einnahmen von dem was dieser Stream oder das Video dann eingespielt hätte. Und ich krieg dann nix. Aber das hat nichts mit Artikel 13 zu tun. Das war schon immer so. Das ist das normale Content-Indie-System seit Jahren. Äh, Marsch, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, wenn man das noch nicht gespielt hat. Odyssey, da hat man sehr, sehr viel Stunden Spielspaß mit. Und ist ja jetzt auch erst wieder das neue heute, das Atlantis-DLC erschienen. Da freu ich mich auch schon drauf, aber ich muss erstmal noch das DLC da vorher abschließen. Da fehlt mir jetzt noch die dritte Episode. Und danach geh ich auch nach Atlantis schon. Aber ich hab da jetzt schon 160 Stunden investiert in Odyssey. Also es ist einfach so gut. Also es ist richtig geil. Und das hier, ähm, Assassin's Creed 3, Remastered hast du auch noch dazu mit dem Season Pass. Also das kannst du ja auch noch kostenlos runterladen. Aber ich glaube, die Information kanntest du schon. Was macht denn der hier so Sumpf, so Sumpf-Patrouille? Ähm, gegen Artikel 13 zu sein, ist glaube ich auch die normale Einstellung. Weil man einfach weiß, dass es, äh, also wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, auseinandersetzt und auch im Internet aktiv ist, dann weiß man halt, dass das, was die da fordern, einfach nicht möglich ist, technisch. Das ist halt der, der logische, der logische, die logische Schlussfolgerung. Es ist einfach nicht möglich, was die wollen. Hallo? Ich bin zu weit weg von der Pfeife? Der hört mich nicht pfeifen, denn da, da gehe ich ja über die Mauer. Ah, gut, dass der hier Wache hält und nicht zur Mauer hinguckt, sondern sich hier so mit dem Rücken hinstellt. Perfekt. So, nehmen wir mal. Ups, da kommt ja noch einer. Kilian, hallo, willkommen. Also, wenn du noch gar nichts gesehen hast von Odyssey, dann ist es auch super. Dann, äh, hast du dann die beste, beste eigene Erfahrung, dann, ne, beim Spielen. Da werde ich sicherlich einiges dann noch überraschen. So, ich muss hier noch Pulverfass finden, zerstören und den Hauptmann des Fords erledigen. Der ist da vorne. Und natürlich auch noch die Kiste looten, die sich hier auch immer in diesen Befreiungsburgen befindet. Boah, schnell rein, 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 rein. Schaffe ich das noch? Nope. Also, wie der jetzt geht, sieht er mich hier hinter der Wand. Ah, jetzt haben sie doch Alarm ausgelöst. Das ist der Kommandant. Dann kommt der wenigstens schon mal zu mir. Boah, sind das viele. Gar nicht gesehen, dass das so viele hier sind. Die ganze Mauer war noch voll. Ach, konnte ich mir rechtzeitig das menschliche Schüttel nehmen. Aua. Ich muss jetzt mal die Verteidigung von denen durchbrechen. Ach Gott. Der blockt ja alles. Voll der Stinker. Mortal Kombat, ja. Das kommt, kommt jetzt die, oder heute oder morgen, ja. Aber da werde ich, da werde ich bei mir auch, man kann da nichts zu machen. Ich habe ja auch den letzten Teil schon nicht mehr gespielt. Ich bleibe dann eher so bei den Story-Spielen fürs Kämpfen in Mortal Kombat, so Online-Modus oder sowas, bin ich einfach nicht gut genug bei dem Spiel. Äh, wenn das jetzt noch gerade im Angebot ist, müssten die Herbst, äh, nicht Herbst, Frühlingsangebote sind es, noch bis zum 2. Mai laufen. Da steht ja ein Datum dran. Also wenn du es auf der PS4 halt im Store holst, ich weiß das nicht, auf welcher Plattform du das kaufen möchtest. Aber auf der PS4 ist es ja auch noch gerade im Angebot und da die, die Her, äh, Frühlingsangebote laufen noch bis zum 2. Mai. Ich vermisse immer noch die Schleichtaste hier. Gab es noch nicht im dritten Teil. Dass man sich auch mal bei so einer Burg hinhocken kann. Äh, äh, bei der, äh, bei der, bei der Mauer. In Deckung gehen. Oh, da kommt gleich der Nächste, ey. Was ist denn hier los? Nix zu tun, die Leute. So. Ich hab gepfifft. Wer hat das gehört? Da drüben. Den schnapp ich mir jetzt auch. Der rennt hier sehr, sehr eilig hin und her. So, Tom Hock ist zwar geil, aber ich glaub ich nehm für den, falls es nochmal zum Kampf kommt. Ne, das ist die Attentat, äh, weites Ding. Äh, hier ist das Rad, Waffenrad, so. Hab ich gar keine Waffe. Keine andere. Kein Schwert. Na gut, dann bleib ich mal mit Tom Hock. Tom Hock ist Connor-Style. Da ist die Kiste, die ich brauch halt da unten. Hm. Was rennt der denn für komische Wege da oben lang? Er balanciert gerne auf seinen Wachrunden. Du machst ne Ausbildung und die haben drei Monate gebraucht, bis sie dein Gehalt auszahlen. Das sollte aber auch nicht eigentlich sein. sowas gehört sich nicht für ne Arbeitsstelle. Ich da rauf. Ich wollt mich nur hier schön an die Wand lehnen, so. Kacke, die sehen mich. Wer gibt ja eigentlich Alarm? Aber schon wieder so viele. Plötzlich bist du umzingelt, ey. Lol, der andere ist runtergefallen. Alles gut. Oh, oh. Jawohl, geht doch. Schön von der Mauer treten. Wo laufen die jetzt lang? Oh. Immer noch so viele, ey. Was ist da draußen los? Was ist da draußen los? Hier draußen voll die Schießerei. Die sehen mich doch gar nicht. Die können ja nicht durch die Mauern schießen. Das ist auch komische Typ. Zu langsam. Ach. Hä? Muss anonym werden. Was macht denn der hier drin? Wie kommst du denn da rein, ey? Der ist ja auch cool. Kann ich da reinschießen? Er kann auf jeden Fall rausschießen. Ich kann doch nicht mal durchballern. Der muss da auch durch den Fußboden gefallen sein, oder? Da kann man ja nicht rein. Da unter diesem Ding. Ich muss kurz mal warten, bis ich irgendwie anonym werde, aber wie soll ich jetzt die Kiste plündern, wenn der Typ da unten drin steht? Das ist ja auch witzig. Komm mal hier raus. Ich kann den nicht mal angreifen. Wie kriege ich den da jetzt tot? Au. Wieso kann er da hier rausschießen und ich nicht rein? Ich war echt verarschender Typ. Ah. Ich will es vielleicht versuchen mit einem Fass oder sowas. Weil da drin sollte man eigentlich nicht rein dürfen. Zu langsam. Folge 17 bist du bei meinem LX-Pay. Da hast du ja noch viele Folgen vor dir. Hey, Brian. Moin Nico. Hallo. Boah, das sind schon wieder voll viele. Und immer noch der Typ, der da drin ist, der auf mich schießt. Findest Origins oder Syndicate besser? Kann man so nicht sagen. Das sind beides verschiedene Spiele. Ich finde beide gut. Origins ist ja das neue System mit dem Rollenspielmäßige. Syndicate war noch alt, aber ich finde beide gut. vielleicht kann ich ihn raussprengen. Hi. Ist er tot? Ich glaube, ich habe ihn gesprengt. Ich glaube, es hat geklappt. Es hat geklappt, er ist tot. Jetzt kann ich die Kiste aufmachen. Okay, willkommen. Nachladen. So, und noch die Schlage einziehen. Gaming-Zentral, keine Ahnung, habe ich nicht gesehen. Willst du auch Stadia von Google Stream-Dienst haben? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert, ein ganzes Spiel zu streamen. Wenn du eine gute Internet-Verbefindung hast, schon, ja, aber nö. Da ich sowieso alles auf der Konsole spiele, Playstation und so, oder Xbox, ist dieser Streaming-Dienst jetzt für mich nicht so wichtig, finde ich. Weil ich einfach mal eine Konsole anschmeiße und das Spiel dann da drauf zocke. Und nicht auf dem PC und nicht in einem Browser. Okay. Okay. Oh, das hier ist aber auch ein cooles Spiel, aber das davor war eigentlich auch gar nicht so schlecht, das Origins. Fand ich auch gut im Ägypten. Auch tolle, tolle Landschaften mit den ägyptischen Pyramiden. Also da haben sie gute Arbeit geleistet mit den Änderungen vom Spielsystem her. So, ich muss jetzt aber, glaube ich, doch ins Grenzland oder nach Davenport, eins von beiden. wo dann die Geschichte weitergeht. Ja, das ist in der Siedlung. Davenport, da. Haupthaus. Ich glaube, ich starte mal hier, weil hier war, glaube ich, irgendwo noch so ein Klunkerbein, so eine Trophäe. Dann kann ich auch gleich mal gucken, ob die die Siedler vielleicht noch neue Aufgaben haben. Das ist ein neuer Samurai. Ne, das ist Assassin's Creed. Das ist ein Indianer. Wie hast du Ostern gestern gefeiert? Gar nicht. Gar nicht. Ich feiere solche Tage eigentlich gar nicht so. Auch Weihnachten nicht so. Ist nicht so mein mein Ding. Ich habe gestern mal ein wenig Pause gemacht. Nichts aufgenommen, nicht gestreamt und habe ein paar Serien geschaut. Netflix und sowas. Bisschen was nachgeholt. Weitergeguckt. Aber gefeiert eigentlich nicht. Das sind für mich also keine Feiertage, die ich da unbedingt brauche. Aber schön, dass man frei hat. So. Da, das Ding wollte ich haben. Ist ja noch weiter außerhalb. Na, ich glaube, bei Odyssey wird das Atlantis-Stil nochmal richtig gut. Aber so wie es aussieht, wird es bei mir dann wohl auch einige Leerlaufphasen geben, was Atlantis angeht, weil jetzt ist erst Episode 1 erschienen. Ich kann jetzt noch ein paar Videos machen zu Versteckte Klinge, da, die Episode 3. Es werden auch noch ein paar Videos, vielleicht sechs oder sowas. Dann die erste Episode von Atlantis. Wenn ich dann alles aufgenommen habe, muss ich warten, bis die nächsten Episoden erscheinen. Und dann, ja, muss ich gucken. Aber jetzt diese Woche kommt ja auch noch Days Gone. Äh, Blue Devil, moin. Naja, die Grafik ist halt neu. Mit Beleuchtung und sowas. Das Spiel ändert sich ja nicht. Das ist immer noch Assassin's Creed 3. So, Siedlung 2 von 4. Sechs Klunker. Ah, da fehlt mir immer noch einer. Ein Klunker, um dann, äh, diese Mission hier zu starten. Ich könnte dieses Ding hier holen, aber ich habe letztes Mal keinen, keinen Kletterpfad nach oben gefunden. Vielleicht komme ich ja von hier hin. Was machst du, wenn kein Konsolen gibt? Werd schon wie Netflix Streaming-Dienst, aber nur Spiele nach deiner Wahl und musst jeden Monat Geld zahlen und einmal ein ganzes Jahr zahlen und hast Ruhe. Neues, komm, aber es gibt ja Konsolen. Die, die Frage stellt sich ja nicht. Playstation 5 ist an, äh, kommt auch jetzt bald nächstes Jahr. Von daher. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich kaufe mir halt, aber auch keine, schon lange keine, keine CDs mehr oder DVDs oder die, die Spiele auf Disc. Ich lade die alle runter. Als Download-Version. Aber ich streame die nicht, ne. Bei Streaming kannst du dir nie sicher sein, wie störanfällig das ist, wenn es dann halt mal Server-Probleme gibt, bist gerade mit einem schönen Spiel drin. Gibt es Server-Probleme, zack, kannst nicht weiterspielen oder sonst irgendwas. Ne. Hey, Serven, willkommen. Hallo. Ups, ich war das. Ich war das. Wenn das eine Herrschkuh sein soll, ich glaube, das ist ein weiblicher Herrsch, oder? Ein Rese ist es auf jeden Fall nicht. Ja, aber. Ach, die Playstation 5 wird auch noch fünf Jahre lang erhalten. Aber stellt euch mal vor, wie schlecht das auch ist für die Spieleentwicklung. Wenn es so ein Streaming-Dienst ist, und die Leute wollen dann, dass ihr Spiel in diesem Dienst am meisten gespielt wird, wie schlimm das ist für die Spiele, wie sie sich dann ändern. Dann werden die Spiele so gebaut, dass sie dich einfach zeitlich so festhalten wollen, damit du ja nicht ausmachst, damit du immer nur das weiterspielst. Und dann kriegst du halt teilweise Open World mit so langweiligen Sachen drin, die auch keiner haben will. Die einfach nur dazu da sind, um die Spielzeit zu strecken. Damit die Leute sagen können, hier bei der Streaming-Plattform, ey, unser Spiel wird aber viel, viel länger gespielt als eures. Dafür ist es aber inhaltlich total scheiße. Mann, bei all das hier würde ich einfach hochklettern, weil es hier nicht diese blöde Steilwand, ich finde einfach den den Startpunkt nicht, wie ich hochkomme. Da ist so ein Baumstamm, da könnte man wahrscheinlich rüber. Von oben und dann da, da, da hin. Oh, blöde Köter. Machen wir auch einen Schaden, ey, die töten dich fast. Eintreffer und ich bin weg. Da bist du noch altmodisch, du sammelst, du sammelst die, die CDs. Ja, das hat sich bei mir, seitdem ich YouTube gemacht, äh, seitdem ich YouTube mache, hat sich das eigentlich geändert. Weil viele, viele Spiele kriege ich ja jetzt auch, ähm, dann direkt vom Publisher und die schicken einen dann nur noch Keys per E-Mail und dann lädt man das halt runter. Da gibt's dann, ach je, ist glaube ich, da gibt's dann halt auch gar keine, äh, CDs mehr. Naja gut, Dragon Age Inquisition war aber auch trotzdem stellenweise noch okay. Du, du, da hast du dich dann irgendwann zu entschieden, ey, die ganze Sammelscheiße hier mach ich nicht mehr. Kein Bock. Und hast dann trotzdem das Spiel weitergespielt in, in, als Story. So, das war dann noch okay. Wenn man die Wahl hat, wenn man das nicht alles machen muss. Schneeflock ist auch noch da, hallo. Uuh. Naja, das war halt damals hier noch anders, ne? In Assassin's Creed 3 mit Kampf gegen Wölfen. Bei Odyssey hättest du hier einfach so geschlachtet. Jetzt kann man da rüberspringen. Ja. Man weiß halt nie, ob er sich hier festhalten kann. Lieblingsassassinen zum Beispiel mit Jakob oder sowas. Ich mag, mochte, wenn du schon Jakob ansprichst, seine, seine, seine Schwester, Evie. Evie mochte ich. Ich mag jetzt Kassandra sehr von, von Odyssey. Die finde ich cool. Ich finde aber, im, im Gegenzug so, äh, gefällt mir der Alexios gar nicht. Ähm, ich bin da ziemlich froh, dass ich mich für Kassandra entschieden habe bei Odyssey. Mag ich lieber. Ähm, Es gibt mehrere, die ich so von der Art her gut finde. Ich fand hier bei, bei Assassin's Creed 3, wenn man jetzt hier Connor sieht, so seine indianische Herkunft, so, das hat auch noch eine coole Geschichte mit Hazen, diese tragische Vater-Sohn-Geschichte. Es gibt so mehrere, die so interessant sind. Ezio wurde mir irgendwann dann zu langweilig. nach drei Spielen war einfach zu viel. Und bei dem ging es dann haufenweise, dann so typisch italienisch, dann viel um Rache und so halt, ne? So, ich habe jetzt das Ding endlich gefunden. Das hinkbein Ding. Ich mache mal kurz eine Schnellreise, glaube ich, dahin und gebe die, die Klunker dann gleich bei dem ab. Wärst du vielleicht Borderlands 3 spielen? Bin ich mir noch nicht sicher. Borderlands, ich habe es meistens immer nur so gespielt, einmal um die Story durchzuspielen, dann hat mich Borderlands aber nie so halten können. Ich fand es dann Gameplay-technisch irgendwann immer viel zu lahm, viel zu langweilig. Und war dann immer, aber auch bei, ich habe es ja, den zweiten Teil habe ich ja als Let's Play gebracht und ich war dann echt froh, dass ich fertig war mit der Geschichte, weil ich einfach nicht weiterspielen wollte. Also, wenn der dritte Teil wird halt, denke ich, genau wieder so sein. Vielleicht werde ich einmal die Story durchspielen, ja. Aber es macht mir halt dauerhaft einfach keinen Spaß, das Spiel. Samsung Galaxy Fold oder Huawei oder was? Andere Smartphone, magst du das überhaupt? Smartphones sind mir persönlich total Latte. Ich mache nicht viel mit Smartphones und ich habe ein altes, das habe ich seit Jahren, das funktioniert noch und solange es noch funktioniert, hole ich mir auch kein neues. Und das ist ein Samsung S3, ein Galaxy S3. Und wir haben jetzt, wo sind die jetzt schon angekommen? Bei S10 oder so? Ist mir auch echt voll egal, ob da jetzt jedes Jahr ein neues rauskommt. Meins läuft seit jetzt schon, keine Ahnung, fünf Jahren und solange es auch läuft, hole ich mir kein neues. hast du was? Zeig mal her, Käpt'n. Gefällt mir, gut für dich. Wird sagen, du hast dir einen Brief verdient. Den Rest hole ich mir später. Was hat er diesmal? Lass mal sehen, lass sehen. Will nicht pingelig sein, aber das reicht nicht. Da brauchst du schon mehr. Ach toll, das will er noch die anderen restlichen haben. Hm. Arsch. Na gut, sechs Stück hat er jetzt schon mal bekommen. Ja, bei Ezio war schon okay, aber drei Spiele nur von dem Charakter war mir eins zu viel. Ein Spiel hätten sie weglassen können. Und dann war es auch an sich einfach nur auch wieder so eine 0815 Rache-Geschichte halt. Er hat seine Familie verloren, wollte Rache, deswegen hat er dann rausgefunden, dass sein Vater Assassine war und so und hatte dann zuerst ja nicht so wirklich Interesse, was den Orden angeht, sondern wollte einfach nur Blutrache, wollte die Leute zur Stärke bringen, die seine Familie auf dem Gewissen hatten. Da sind andere Geschichten einfallsreicher gewesen. Zum Beispiel wenn wir einen Black Flag, Edward, Edward Kenway, einfach nur so ein Pirat, der immer an sich selbst gedacht hat, der dann auch so ganz zufällig einen Typen getroffen hat, der Assassine war und den er ja eigentlich so bestiehlt mit den Unterlagen und seine Klamotten nimmt und dann einfach plötzlich so, ja, die Rolle von denen einnimmt und so was. Das fand ich, das war dann wieder eine neue, frische Geschichte halt. Ich habe das Ding noch an, wie sie das deswegen dachte ich, wieso zeigt er mir das noch an? So, jetzt. Ist er eigentlich hier im Haus? Nö, da draußen, Hauptmission. Toll. War ich nicht eben bei dem Stall? Es ist hinterm Stall, auf der Seite. Achilles. Achilles. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Kanendoko, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte. Du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen? So. Okay, der Johnson macht also noch Probleme hier. Er ist das mit Unity? Ja. Weiß ich mir. Da war ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von diesem Arno. Ich fand das Spiel an sich gut, ja. Aber Arno würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein Lieblingscharakter war. Cool, dass da schon überall eine Schnellreise verfügbar ist. Da muss ich hin. Was ist das für ein Haus? Eine Siedlung. Ich gehe mal da hin. So, Connor muss natürlich noch sein Volk retten vor Johnson. Unity ist kostenlos, habe ich auch gehört, ja. Wegen der Sache mit Notre Dame. Okay. Okay. Wie tief die Sonne schon wieder steht hier. So, wem treffe ich hier? Den Stamm des Bruders. Johnson habe ich verstanden. Sie können per Schnellreise zwischen den Städten hin und her reisen. Ich weiß. Aber es ist 200 Meter da drüben jetzt. Okay. Ja, ja, ich laufe ja nach oben hin zur Siedlung. Ich glaube, ich muss da den ganzen Weg beim Wasserfall da oben langlatschen. Auch wenn es nur 200 Meter weg ist, ist die Schlucht ganz schöner ganz schöner Unterbrechung vom Weg hier. In der Schlucht war ich aber schon mal. Da habe ich eine Feder aufgesammelt. Haben wir hier vielleicht noch eine in der Nähe? Nö. Aber da ist eine Kiste in der Siedlung. Ups, nicht runter. Ich war kein Fan von Syndicate. War eines der besten sowie AC3, Black Flag und Odyssey meiner Meinung nach. Syndicate war stellenweise ganz okay. Ich fand die Geschichte von mit den Zwillingen ganz gut. Ich fand aber den Bösewicht in Syndicate ein wenig zu lahm, zu lasch. Den Templar. der war mir zu eindimensional. Das war nicht so. Der Gegenspieler. Aber es waren trotzdem unterhaltsame Momente drin. Naja, wenn sie hier in der einheimischen Sprache sprechen vom Stamm, dann verstehe ich ja sonst nichts, wenn ich Untertitel aus habe. Toll, jetzt wird ich hier doch wieder runtergestöpst. Ich wollte oben lang. und da oben ist einfach die Zone vorbei. Jetzt gehe ich da rüber. Oh, ein Bär. Nicht jetzt. Ich weiß, ich bin in deinem Territorium. Du willst nur dein Junges beschützen. Ich hau ab. Was haben wir das hier für Sound- äh, Grafikfehler gerade? Vor die Lichtschwankung. Vielleicht gehe ich da rüber lieber. Sind da Wachen drauf? Ja, aber egal. Besser als oben in der Schlucht lang, wenn da eh die Zone gerade vorbei ist. Vielleicht sehen sie mich ja nicht. Die kann man ja auch voll locker in die Luft sprengen. Aber ist auch ein bisschen zu laut. Da liegen überall explosive Fässer rum. Aber da hinten da stehen halt noch zwei. Ich kann die auch stehen lassen. Äh, noch einer vorne. da geht's so langsam. Habe ich noch zusätzliche Aufgaben? Johnson unbemerkt erreichen. dann gehst du wieder los. Hock dich hin? Ja. Gras war nicht hoch genug. Ja. So, die Kiste noch holen. Ups. Ich bin schon wieder der nächste. Gibt es hier Gras? Na, wo ist der Typ? Da. Nicht pfeifen. Plündern. Ja, ich bin schon wieder der Typ. Ich bin schon wieder der Typ. Wir sind nicht deine Brüder. Wollen wir denn nicht dasselbe? Frieden, Reichtum, fruchtbares Land? Du willst Land, das ist wahr. Land, das nicht dir gehört oder sonst jemandem. Ich will euch doch nur beschützen. Es gibt jene, die euch betrügen und manipulieren wollen. Oder schlimmer noch, sich das Land mit Gewalt... Nein, das hat er nicht gesehen. Ich bin doch im Gras, Mann. Ja, ist klar. Ach, ich vergesse mal, hier gibt es noch Falscheren. Ich kann nicht einfach von jeder Klippe runterspringen wie in Odyssey. Hier tut es noch richtig weh beim Landen. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Wann kam das dazu? Ich glaube bei Black Flag, oder? Dass man eine Taste hatte, mit der man sich hinhocken konnte. Also in Schleichposition gehen. Ich glaube, das kam mit Black Flag dazu. Hier geht es halt noch nicht. Ich kann mich halt hier nur in den Busch hocken und schleiche da alleine. Aber wenn kein hohes Gras da ist, kann ich mich nicht hinhocken. Daher ist das ungesehenen Randschleichen immer ein bisschen nerviger. Okay, das sind nur Sklaven, die machen nichts. Dann machen wir mal einen anderen Weg. Hier auch schon wieder. Ich bin im Busch da. Er hat sich nicht hingehockt. Jetzt kommt schon wieder der Typ. Ich war im hohen Busch. Und der geht einfach aufrecht. Das nervt. Hier haben wir Zeit. Das ist gut, ne? Also Nintendo habe ich nie eine Konsole von gehabt. Nintendo ist nicht so mein Ding von den Spielen, die da laufen. Die interessieren mich halt gar nicht, die Nintendo-Spiele. Aber Playstation und Xbox habe ich immer beides. Schon seit Jahren. Früher war meine Hauptkonsole damals die Xbox 360. Da war früher die bessere Konsole. Mit der PS4 bin ich dann umgestiegen. Weil die PS4 jetzt einfach besser ist als die Xbox One. Bin ich also von der Xbox 360 komplett weggewechselt. Jetzt auf die PS4. Was die Hauptspiele angeht. Und ich habe aber immer beide Konsolen. Weil es ja immer noch die Exklusivspiele gibt. Die ich einfach auch gut finde. Auf der Xbox die Exklusivspiele wie Halo, Gears of War. Die muss ich halt einfach auch immer weiterspielen. Weil ich einfach Fan von den Spielreihen bin. Aber in letzter Zeit ist meine Xbox halt sehr, sehr, sehr selten eingeschaltet. Weil da einfach keine Exklusivtitel rauskommen. Oder zu wenig. Das letzte Halo ist schon wieder zig Jahre her. Dass ein neues Halo kam. Das letzte Gears of War gab es vorletztes Jahr. Der vierte Teil. Der war auch ziemlich gut. Aber der nächste Gears of War Teil, Gears of War 5, steht ja vor der Tür. Und dann gibt es da auch wieder was von der Xbox zu sehen. Also mir, die Plattform an sich ist mir dann eigentlich mal egal. Ich, 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 ich richte mich da mehr nach den Spielen. Hey Kaiser. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Steinbeaks? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig. Doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. So, die Ureinwohner wollen natürlich, wenn sie sich nicht einigen können hier, das Land den Leuten nicht überlassen. Limit für ideanisches Opfer eins. Ja, aber ich wollte doch die Kiste haben. Scheiß Dreck. Ja. Arsch. So. Wo bin ich denn jetzt? So, Johnson unbemerkt erreichen und Limit für indianische Opfer 0 von 1. Die dürfen halt nicht sterben. So, wie es aussieht, muss ich die Kiste wohl danach holen. Ja. Ich kann das nämlich nicht... Ich kann es so nicht öffnen, wie weil die Leute da rumstehen. Mensch. Ach, hier sind ja auch noch welche. Die roten habe ich gerade gar nicht gesehen. Da sind die. Kaum, kaum, schneller. Jetzt schön über die Bäume. Aufs Dach. Und dann schnapp ich mir den von oben. Scheiß dann erstmal auf die Kiste. Gleich sein Kollegen daneben an noch mitgenommen. Doch. Wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen. Wenn neues Ackerland gebraucht wird. Wenn es... Wenn es keinen Feind mehr gibt. Werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden... Das ist der Lauf der Welt. Sie werden... sich abwenden. Ich... hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung. Und doch... hast du sie ermordet. Nein. Weil sie nicht auf mich... hören wollten. Nein. Und es scheint... Du willst es auch nicht. Weil sie nicht auf ihn hören wollten. Deswegen schlachte ich die einfach mal ab. Ja. 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 Wollt einfach den U-Einwohnern hier. Und das Land stehlen. Jetzt stehe ich hier aber doof. Darf ich angreifen? Alles zur Zeit, Lupe. Limit für indianisches Opfer. Wieso sind die denn schon wieder tot? Aua. Aua. die dicken sind leicht anstrengend nein 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 kein leben mehr weg mit dir da war eine kräuter willst du mich immer schlagen hier davor ja endlich da gibt es immer noch gut dass der davor da an der tür da gar nichts macht steht immer noch stramm der typ liebst du noch das der ist gar nicht mehr anwesend der hat schon feierabend gemacht kann mich gar nicht mehr erinnern dass dieses spiel vorher war spärmütze vorher schon so viele bugs hatte damals oder es fällt jetzt hier halt nur ein bisschen mehr auf weil so viel zeit gegangen war vorhin er ist der typ der unter dieser treppenanlage stand den ich deswegen nicht getroffen habe jetzt stehen da wieder englische unbeweglichen ziele rum ich glaube hier und das springen ich erreiche glaube ich das wasser nicht lebend da oben ist ein absprungpunkt der ist sicherer nein von hier muss es doch gehen so das limit für den indianischen opfer habe ich leider nicht geschafft weil da irgendwie trotzdem noch ein indianer gestorben ist leider oh t ist was für engländer ja der schöne earl grey mit einem schuss zitrone geht das äh vulgar pull das habe ich alles im faq video fragen und antworten äh dings beantwortet weil die frage kam ständig william johnson ist tot und mit ihm auch der templar plan das land meines volkes zu stehlen doch mit dem ende dieser gefahr deckte ich eine neue auf er trug ein brief bei sich adressiert an john pitkern mit dem befehl die waffen und vorräte der patrioten zu vernichten sollte er volkreich sein werden die kolonisten ihren widerstand aufgeben müssen und die templar lang die kontrolle solange pitkern lebt besteht diese gefahr ich muss ihn finden er muss sterben ok pitkern ich dachte das bringt mir klarheit oder das gefühl etwas vollbracht zu haben doch ich verspüre nur reue halt dich daran fest solche opfer dürfen dir niemals leid ich musste es tun nicht nur für mein volk auch für alle anderen denen johnson leid zugefügt hätte es ist ein anfang doch um ganz frei vom templar einfluss zu sein wirst du dich um sie alle kümmern müssen auch um deinen vater ich weiß das sagst du so aber glaubst du auch daran wir bekommen gesellschaft wer kommt denn jetzt das ist es eine bitte um hilfe von paul river die rotröcke scheinen was zu planen in boston du hast die söhne der freiheit wohl sehr beeindruckt sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen bitte sagt mr revere dass es mir sehr leid tut ich aber zur zeit nicht helfen kann du solltest das überdenken john pitkerns name wird auch erwähnt wo soll ich denn hin das haus von mr revere in boston wenn ihr wollt so crazy crafter hallo willkommen mache ich das öfter öfter schon mit assassin's creed so revere also aufsuchen haben wir hier noch was in der siedlung gerade nichts neues ist er ein grenzland nein jetzt im boston ok dann wollen wir den mal aufsuchen vielleicht ein neuer verbündeter vielleicht ein neuer verbündeter da haben wir noch so viele scharfschützen auf den dächern aufpassen dass man nicht rein land so wo haben wir jetzt platz haben wir noch eine schöne kulisse hier die ganze bostonstadt ups bin zu weit gelaufen dieses schäbige hütte ist ein haus von dem kann man ja nicht viel erwarten so paul revere's haus haben wir ja gefunden ah connor welche erleichterung du bist da bitte lass mich dir william dawes und robert newman vorstellen dein brief sagte dass john pitkern auch hier wäre ja er bereitet einen angriff auf lexington vor wo adams und hinkock unterschlupfanden danach will er nach concord ziehen und unsere waffen und vorräte zerstören du musst uns helfen dann sag mir wo ich ihn finde und ich werde das sofort beenden er hat dutzende wenn nicht hunderte von soldaten zur verfügung du kannst dich ihm nicht alleine stellen keine sorge das musst du auch nicht wir haben selber eine ganze armee die nur darauf wartet die waffen zu erheben dann wirst du sie wohl rufen müssen nun gut du und ich überqueren den charles river und geben alarm william du nimmst bitte den landweg und tust dasselbe robert ich brauche dich in christchurch zünde das signal zwei laternen wenn der feind von see kommt keine zeit zu verlieren mein freund es geht um leben und tod komm okay jetzt wird wieder ernst amerikanische geschichte geht weiter müsste auch bald glaube ich die diese nacht kommen mit dem reiter was schaust du gerne netflix hast du favoriten oder klar mit favoriten hat man noch jeder ich schaue aber ganz 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 viel serien nicht nur auf netflix sondern auch auf amazon und so es gibt nur ein einziges pferd wir müssen zusammenreiten du nimmst die zügel ich navigiere ja schnell connor steig auf das pferd ja aber das boot hallo wir haben wieder hier schon wieder rumkommandiert kann auch nichts alleine wahrscheinlich musste connor im boot auch noch selber rudern ich führe dich zu denen die wir alarmieren müssen folge meinen anweisungen und wir sind bald fertig keine konflikte auslösen das ist doch diese 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 berühmte szene mit die engländer kommen dann reite durch die haus die 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 der ritt der ritt von dem äh connor steig wieder aufs pferd connor nein hier ist ein aussichtspunkt den haben wir noch nicht halt du mal wache so was hast du denn vor steig wieder aufs pferd connor ich habe das spiel schon gespielt ja 2012 als es neu war damals auf der xbox zieht er sich nicht hoch hier jetzt häng ich hier aber ganz schön blöd ich klettere siehst du doch zu fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen ich muss auf den ast oder oder weiter hoch nach hier schwingen geht es ja nicht was hast du denn vor bist du wohl auf mein freund was ist das für ein doofer baum ey jetzt häng ich hier komm nicht weiter kannst du noch fallen lassen da lang nein nicht runterspringen puh können wir noch halten was hast du denn vor ist natürlich voll nervig wenn der Typ da unten noch steht und die ganze Zeit am rumladern ist wo ist der adler auf der seite oder auf der ja hier geht auf jeden fall so hoch was hast du denn vor bist du wohl auf mein freund jetzt hängt das hier wieder so am am ast ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiter hoch was hast du denn vor zu fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen das ist kein einfacher baum zu fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen steig wieder aufs pferd Connor hm ich komme äh Connor warum stand das Pferd nicht unter mir der hätte mich auch auffangen können ich führe dich zu denen die wir alarmieren müssen folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig dass wir nicht einfach den Baum so machen können dass du einfach mal gerade nach oben klettern kannst weißt das irgendwelche komischen Äste ey so aber damit der Typ hier nicht weiter rum äh rumnervt mit seinen Texten ich reite ja jetzt halt ihn ran und dann keine Konflikte Konflikte auslösen die marschieren siehst du doch und die trommeln da lang sei vorsichtig Connor sie durften die andere nicht warnen tschau Kaiser hau rein so das ist auch ein Ritt der geschichtlich genau so stattgefunden hat aber ohne Connor halt aber der andere ist schon der andere ist schon der andere ist schon diesen diesen Weg geritten das ist amerikanische Geschichte da wären wir jetzt besser zu Fuß weiter nur Connor haben sie haben sie dazu äh reingeschnitten natürlich zu Fuß weiter aber keine offenen Konflikte auslösen da ist aber die nächste Patrouille da vorne geht am besten mal auf diese Seite Trudehähne wird schon Thanksgiving vorgeplant schnell hin hocken wo ist der Kollege jetzt rennt uns das Pferd die ganze Zeit noch hinterher ja jetzt haben sie ihn gesehen oder keine Konflikte auslösen ich stehe hier im Busch und er ist einfach zu blöd er ist einfach zu blöd um sich auch mal in den Busch zu hocken er tanzt auf dem Zaun rum und wundern sich dann dass die Leute ihn sehen oder was ich führe dich zu denen die wir alarmieren müssen folge meinen Anweisungen und wir sind bald fertig reite weiter wenn die NPCs die mit einlaufen einfach einfach auf dem Zaun oben rum tanzen ey so weiter so Connor wir sind fast da Schneeflocke jetzt hier in dem Remastered nicht kann ich aber damals 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 ja als ich als ich das das erste Mal gespielt habe die anderen nicht warnen dafür sollten wir absteigen es ist leiser und schneller leiser und schneller hat man ja eben gesehen du Vogel geh halt bitte so dass man dich nicht sieht guck mal ich bin halt hier im Busch in in Duke Position und er steht halt überall aufrecht rum das ist keine große Hilfe wenn man keine Aufmerksamkeit erregen darf so gehen wir mal hier rein hier kann er auch drin stehen hoffe ich ohne dass man ihn sieht bist du drin? komm hier rein in das Feld Mensch halt den Kopf unten das erste Milizhaus finden ja welches ist es denn? läuft halt immer noch diese blöde Patrouille da vorne rum hier ist eine Feder hm wieso geht er nicht darauf? ha ha hab sie welches der Häuser ist es denn jetzt? der Bereich ist auch gar nicht so groß die paar Häuser die rumstehen bei den dreien war ich jetzt ist es das da hinten? das war doch nur die Scheune oder nicht? ja die Scheune sind es auch nicht Junge, sag doch auch was! welches Haus ist es denn? ja ja Schneeflock ich habe alle gespielt klar Revelation gehört doch zur Ezio Geschichte und Rogue habe ich letztes Jahr gespielt als es in Remastered war auch im Livestream also Rogue kann man noch gucken auf dem Kanal als Aufzeichnung aber die alten gibt es ja nicht auf meinem Kanal aber gespielt habe ich alle ich kann einfach zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen ist hier eine Höhle unter uns? wo ist denn das Pferd jetzt eigentlich hin? da vielleicht einfach nur bei dem zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen dann steig auf wieder auf du hast eben gesagt wir sollen zu Fuß gehen weil es leiser ist jetzt sind wir wieder aufs Pferd aber er zeigt immer noch den Bereich hier an ich habe hier jedes Haus durchgenommen in dem grünen Bereich da war kein Haus da ein Adlerauge hat aber nicht gesagt gerade es ist sicherer wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern das ist auch die ganze Zeit und wir haben das noch etwas in der Höhe wie beim Laufhaus es ist ja das ist die ganze Zeit der ganze Zeit ist ja hier die ganze Zeit ist ja hier die ganze Zeit ist ja hier Jetzt hier lang. Lika, hallo, willkommen. Naja, irgendwie hilft das Adler-Auge jetzt auch gerade nicht viel. Das Patrouille ist aber auch wieder voll im Weg. Warnung, ein Verbündeter wird angegriffen. Ach komm, du blöder Sack, ey. Welches Haus ist es denn? Wieso geht das nicht weiter in dem Dings? Nein, kann ich nicht. Keine Lust. Eine Frage, die aber häufig gestellt wird und die ich jeden Tag schon beantwortet habe. Ich spiele immer nur das, wo ich Lust drauf habe und Voronna passt gerade da nicht rein. Bist du wohl auf, mein Freund? Macht leider keinen Spaß im Moment, das Spiel. So, also Voronna. Kein Spaß. Justin, hallo. Bist du wohl auf, mein Freund? Bei der Scheune stehen halt ein paar Leute rum, aber das sind glaube ich keine Milizanhänger. Was hast du denn vor? Hier ist eine Laterne an, aber sagt da auch nichts. Wenn ich mich direkt vor die Türen stelle. Das ist es. Ja. Das ist der richtige Ort. Zu Fuß werden wir es nie rechtzeitig schaffen. Warum hat er mir das vorher nicht gesagt? Ich bin ja auch schon vorher lang gelatscht, ey. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Bretten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Man kann da gar nicht glauben, dass in der richtigen Geschichte, wie das er damals wirklich war, der Typ das alleine gemacht hat, ne? Hier, dann nach links. Der berühmte Ritt durch die Nacht. Jetzt wird die Rotröcke kommen. Und hier in dem Spiel ist es so, wenn man denkt so, ey, ohne Connor hätten die Amerika, hätte Amerika nie die Unabhängigkeit bekommen. Weil die alle selber zu unfühlig waren. Nach rechts, Connor! Ja, ähm, like, aber ich habe ja schon zu jedem, zu jedem Charakter Videos gemacht. Sind ja alle online. Du musst nach links, Connor! Und ich habe das Spiel zwei Jahre lang gespielt und deswegen wird es mir jetzt halt zu langweilig. Ich hänge fest. Na, da sind Wachen. Wir sind vom Weg abgekommen. Halte Ausschau nach Rotröcken. Mach ich ja, davon ist stehen welche. Lass uns zu Fuß weitersuchen. Natürlich. Jetzt wieder zu Fuß. Ich schaue Avengers am Samstag und dann nächste Woche Samstag nochmal. Hier ist dieser Schläger, den hier rumhauen soll. Geht das jetzt eigentlich? Ah, kacke. Das zählt als Konflikt, ist ja doof. So wie du schlägst, kommst du nicht weit. Das sind doch keine Rotröcke. Na komm, schlag doch mal richtig zu. Das zählt Dachs auch. Ich dachte, das nimmt er vielleicht wenigstens als separate Mission, dass man da... kurz den Typen umhauen kann, weil das sind ja keine Rotröcke, haben eigentlich nichts damit zu tun. Das ist eine andere Option, äh, eine andere Mission, die ich noch angenommen habe. Schlägerei-Mission für Boston. Möchte er jetzt aber nicht. Ja, das ist es. Das ist der Weg. Habe ich den Hasen gerade kaputt getreten? Ich glaube... Hast du das gehört? Nö. Das wird ein Rotröcke sein. Vorsicht! Kommt ihr hier irgendetwas... Dafür sollten wir absteigen. Es ist leiser und schneller. So, eins von den Häusern hier also wieder. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Das finde ich sogar gleich beim ersten Mal das richtige Haus. Sagt Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Der schreit aber auch ganz schön rum. Shazam fand ich sehr unterhaltsam. Hellboy habe ich nicht geguckt. Weil Hellboy mir dann doch zu schlecht war. Dass er das so hört und so. Hellboy war mir dann fürs Kino zu teuer. Den schaue ich, wenn er dann irgendwann in dem Streaming-Dienst läuft oder sowas. Aber Shazam fand ich okay. Der war sehr unterhaltsam. Rechtsrum! Rechtsrum! Da ist ein ganzes Bataillon. Das Wasser ist zu tief, um da rüber zu reiten. Kurz mal warten, bis die Patrouille weg ist. Es ist sicherer, wenn wir uns den Häusern zu Fuß nähern. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Das letzte Vendizhaus. Haben wir ja hier alle. Shadow, moin, moin. Die Rotröcke kommen. Hier, wir sind hier. Oh, eine Falle. Schneller, wir müssen ihnen entkommen. Was du nicht sagst. Wenn das Pferd mal wenigstens ein bisschen schneller reiten könnte. Schneller, wir müssen ihnen entkommen. Warum müssen die Leute endlich immer alles wiederholen, wenn die mal einen Satz einprogrammiert bekommen haben? Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Ich bin doch jetzt schon aus, aus dem Suchkreis. Du musst sie irgendwie abhängen, Tronna. Habe ich doch. Geschafft. Zeitlöme für das Erreichen von Preskitz. Eine Minute. Okay. Wo wohnt der? Hier. Da oben lang? Komme ich hier hoch? Nö. Ich bin, glaube ich, falsch geritten. Wurde er hier? Nö. Boah, dieses Pferd will nicht vom Stein runter. Lass uns zu Fuß weitersuchen. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Fünf, vier, vier Sekunden. Wo zum Teufel ist er? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Natürlich sicher. Okay. Prescott? Guten Abend, die Herren. Hör zu, die Rotröcke kommen. Du musst deine Männer sammeln. Und eine... Hose anziehen. Sofort. Captain Marvel fand ich okay für den Film. Fand ich auch unterhaltsam. Hat mir gefallen. Und ob da jetzt ein weiblicher Superheld als Hauptrolle ist oder ein männlicher, ist mir eigentlich völlig egal. Solange die Geschichte gut ist und mir der Film gefällt, habe ich da keine Probleme mit. Diese ganze Diskussion über Frauen in Hauptrollen und so finde ich auch so unnütz und lächerlich. Gerade in der heutigen Zeit. Captain Marvel war ein unterhaltsamer Film. Hatte auch eine unterhaltsame Katze. Willkommen in Lexington, Connor. Jetzt suchen wir Hancock und Adams. Okay. Ich fand aber auch Wonder Woman gut. Der Film. Keine Spur von das. Ich hoffe, es geht ihm gut. So, Hancock Clarks Haus. In Lexington. Mach doch die Tür auf. Paul, Connor. Schön, euch zu sehen. Du musst verschwinden. Die Rotrücke kommen. Nein, wie William sagte. Lass sie ihre Suche durchführen. Sie finden nichts. Du verstehst nicht. Pitcairn hat vor, dich zu töten. Ich fürchte, das stimmt. Dann haben wir wohl keine Wahl, als zu gehen. Was ist mit euch? Doris und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker, die Stadt zu halten. Das gibt uns Zeit, alle zu warnen. Wir haben noch eben schon fast alle gewarnt. So, der nächste Tag. Sequenz 7. Und abgeschlossen. Sogar 100. Yay. Neue Waffengeschäft. Langdolch. So, das ist immer noch in Grenzland. Das ist ja gleich vor mir. Boah. Also ich habe das Spiel früher ja schon auf 100% durchgespielt auf der Xbox. Ich glaube, hier in der Remastered-Vision habe ich, glaube ich, keinen Bock, das nochmal zu machen. Wenn ich hier schon wieder die ganzen Federn und sowas sehe. Ich habe das ja alles schon hinter mir, ne? Einmal nochmal die Geschichte erleben, ist, glaube ich, ganz cool. Aber hier die ganzen Items. Ich glaube, das mache ich nur, wenn ich wirklich Langeweile habe. Das hier würde ich auf jeden Fall noch machen. Siedlungsmissionen, die finde ich interessant. Auch von der Geschichte her. Das werde ich dann nochmal machen. Aber jetzt ist das hier erstmal dichter. Bei meiner Xbox-Version, da habe ich hier noch damals alle Trophäen und alles gemacht, was das Spiel zu bieten hatte damals 2012. Das mache ich eigentlich immer, wenn Spiele neu sind und ich hier das erste Mal spiele, dass ich so gut wie alles mache. Jetzt auch wie bei Odyssey. Aber ein zweites Mal, nochmal alles machen, das ist zu viel des Guten. Das schieft die Sündigkeit keiner, weiß ich gar nicht mehr. Irgendein Stock. Bleib standhaft Männer! Sieht man im Let's Play, kannst du reingucken. Der ist krank. Oh oh. Drecksrebellen. Die kommen nicht zurück. Du musst mit denen auskommen, die geblieben sind. Erklär mir nicht, wie ich meine. Schieß zurück! Schieß zurück! Monsterfahrt nach Concord und die anderen warnen. Zeig das dem dortigen Ankehrer. Der Mann hört auf den Namen James Barrett. Jetzt geh ich schon! Ganz große Rotrückenarmee hier. Kommt, wir vereinigen uns bei Concord mit den anderen! So, ich muss den Brief abliefern. Wie lange ich brauche, um das Spiel durchzuspielen? Mir ist eigentlich die Zeit, oder dass ich da schnell durch sein muss, ist mir nicht so wichtig. Ich spiele Spiele ja sehr ausführlich und sehe mich dann auch mal länger um und mache dann wirklich alles und alle Quests und dann brauche ich halt immer mal ein bisschen länger für Spiele. Früher, als ich nur gezockt habe, war ich eigentlich auch recht schnell durch mit so einem Assassin's Creed in der Woche oder so. Dann habe ich aber wirklich alles gemacht, was das Spiel hatte, alle Quests damals. Jetzt seit YouTube spiele ich aber auch Spiele auch mal mehrere Monate, wie man jetzt Odyssey sieht. Ich habe Odyssey noch nicht durch. Ich habe es zum Release angefangen und bin jetzt noch nicht fertig, weil ich das jetzt halt auch aufnehme und dann alleine schon deswegen länger brauche. Alles als Videoform bringe und so. Das ist halt nicht einfach mal so am Abend hinsetzen und mal schnell ein paar Stunden spielen, sondern alles wird aufgenommen, komplett kommentiert. Dann noch Videos speichern, Vorschaubilder machen. Das braucht aber ein bisschen länger. Zivile Geiseln befreien. Da vorne, ne? Der. Greif mich an. So, Zivile Geiseln noch befreit. Also Assassin's Creed Odyssey, das spiele ich jetzt schon seit Oktober dran. Das dauert auch noch ein bisschen. Also einige Monate. So, noch in der Zeit geschafft, mit zivilen Personen gerettet. Ich bin in Lexington. Noch mehr wird folgen. Die Rotröcke kommen hierher. Ach, sag bloß. Was glaubst du, warum wir hier sind? Geh heim, bevor dir noch was zustößt. Ich habe genug Probleme ohne so einen Grünschnabel, der den Helden markiert. Ich bürge für ihn. John Parker ebenso. Uh. Der wichtige Brief. Wo ist Revere? Gefangen. Was? Gefangen? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situationen gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs. Aber keine Soldaten. Sie brauchen jemand mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Äh, Wolverpool damals in der Zeit, klar gab's da Sklaven. Aber das wurde auch mit in Assassin's Creed Thema mit aufgegriffen. Auch da gab's viele Geschichten mit Sklaven. Ja, der Conner muss mal wieder alles richten. Votrache-Gruppen mit nur einem Befehl töten. Vorbereiten. Ist ja noch keiner da. Wartet. Halten. Feuer. Oho. Oho. Warum kann ich nicht weiter reiten, ey? Wartet auf mein Signal. Nicht schießen. Feuer. Andere Seite. Nicht schießen. Vorbereiten. Feuer doch. Feuer frei. So. Vorbereiten. Jetzt feuern. Das war zu spät. Wir haben Leute verloren. Das Signal abwarten. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Feuer frei. Das Signal abwarten. Zwei noch. Vorbereiten. Los. Wartet auf mein Signal. In der Mitte kommen auch wieder welche. Kommt die nämlich. Sobald sie sich aufstellen. Und jetzt. Feuer frei. So. Sieht so gut aus. Jetzt kommen aber immer noch mehr. 130. Ein Signal. Feuer frei. Macht euch bereit. Jetzt feuern. Jetzt feuern. Macht euch bereit. Jetzt feuern. Macht euch bereit. Ich hab nur noch 85 Leute. Schlechte Schützen. Nicht schießen. Feuer frei. Ich dachte. Wieso brauchen wir so lange zu beschießen? Diese alten Waffen. Hey Quantum Killer. Nicht schießen. Bitte ist keiner. Rotröcke übrig. 93 noch. Feuer frei. Das Signal abwarten. Komm schon. Los. Noch 20. Nicht schießen. Feuer frei. Nein. Ziele nicht erfolgreich beschützt. Stehen aber nur doof rum. Ich finde die sollten wenn. Bevor ich da bin. Die ganze Zeit in Deckung hocken. Vorbereiten. So. Nochmal. Los. Wartet auf mein Signal. Feuer frei. Vorbereiten. Nicht schießen. Nicht schießen. Feuer frei. Macht euch bereit. Feuer frei. Das war halt damals auch so eine komische Kriegsführung. Nicht schießen. Dass die echt Probleme hatten bewegliche Ziele zu treffen. Jetzt feuern. Und sich immer so aufgestellt haben. So komplett ohne Deckung. So in. Vorbereiten. Keine Ahnung. Macht euch bereit. Zu den Zeiten damals echt merkwürdige Kriegsführung. Das Signal abwarten. Gerade noch mit diesen blöden Mosketen. Die du dann auch erstmal eine Dreiviertelstunde wieder nachladen musstest. Wartet auf mein Signal. Feuer. Macht euch bereit. Erstmal den Linksen hier weg machen. Nicht schießen. Jetzt feuern. Das Signal abwarten. Feuer. Könnte knapp werden. Nicht schießen. Los. Macht euch bereit. Feuer. Komm, die laden gerade nach. Vorbereiten. Jetzt feuern. Nein. Wo lang? Komm schon. Ah, die laden auch nach. Geht mal in Deckung. Okay. Haben geschossen. Jetzt sind wir dran. Nein. Nein. Nein, ich sollte nicht mal auf die anderen schießen. Das Signal abwarten. Mitte ist keiner. Und die Mission ist anstrengend. Wartet auf mein Signal. Schießt. Wartet auf mein Signal. Feuer. Wartet auf mein Signal. Feuer frei. Die anderen laden gerade nachkommen. Feuer. Jetzt fehlen echt nur fünf. Vorbereiten. Feuer. Ach, knapp. Rückzug. Rückzug. Es ist geschafft. Sie ziehen den Schwanz ein. Jawohl. Wohl, weil ich bin mit der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, eigentlich recht zufrieden. Das muss ein Monster sein, der so etwas tut, wenigstens sind sie fort. Ich hätte ihn töten sollen, als ich konnte. Weißt du, wo Pitcairn jetzt sein könnte? Zurück in den vertrockneten Schoß der Briten, kein Zweifel. Dort formiert er sich neu und plant die nächste Gräueltat. Ich muss ihn finden. Je länger ich warte, desto mehr werden leiden. Kopf hoch, Freund. Viele, die heute sterben, sollten leben noch. Nur wegen dir. Und was ist mit denen? Wir tun, was wir können mit dem, was wir haben. Das ist nicht genug. Hm. Das ist es nie. James Barrett mit der Stimme von Jackie Chan. Oder Sokratus, jetzt auch Odyssey. Der hat auch den Sokratus gesprochen. So. Zur Unterstützung eures glorreichen Vorhabens Ich hoffe, ihr akzeptiert meinen aufrichtigen Dank für diesen außerordentlichen Vertrauensbeweis Doch im Fall unglücklicher Ereignisse, die meiner Reputation schaden könnten Bitte ich die Gentlemen in diesem Raum darum zu bedenken Dass ich in aller Ernsthaftigkeit erkläre, mich dem mir anvertrauten Kommando nicht gewachsen zu fühlen Wahrlich, ich kann mir wirklich keinen geeigneteren Mann denken Wirklich? Mir fallen mehrere ein Charles Lee Kennen wir uns? Ich würde auch nicht erwarten, dass du dich erinnerst Komm Connor, ich möchte dir jemanden vorstellen Ich werde über alle meine Ausgaben buchführen Mir leid, dich sofort zu zahlen, aber Eine Prügelei ist das allerletzte, was wir jetzt brauchen können Connor, darf ich vorstellen? Das ist unser soeben gewählter Commander in Chief George Washington Ah, du bist der, der Sam und John bei Lexington gerettet hat Das waren allein die Patrioten Ich habe ihnen nur geholfen Ebenso bescheiden wie tapfer Wir bräuchten mehr Männer wie dich Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet Ich sollte mich lieber um Charles kümmern Er scheint nicht sehr glücklich zu sein, dass man ihm bei der Entscheidung überging Schön, dich kennenzulernen, Connor Charles Lee war natürlich anwesend Daran darf nicht fehlen Was gibt es Neues zu Pitca Ich habe gehört, er zog sich nach Boston zurück Wo er von tausend Rotrücken bewacht wird Der einzige Weg, an ihn ranzukommen, ist, ihn herauszulocken Zu deinem Glück starten wir eine Offensive gegen die Stadt, um genau das zu tun Israel Putnam hat das Kommando über unsere Truppen Wenn du ihm dies zeigst, wird er dir jede Hilfe geben, die du brauchst Du findest ihn im Heerlager auf Bunker Hill Du hast meinen Dank Gern doch Das war das Mindeste Pitcairn ist ein gefährlicher Mann Je eher wir ihn los sind, desto besser Dasselbe gilt auch für Charles Lee Das ist eine ganz andere Geschichte Die heben wir uns für später auf Brich jetzt auf nach Boston, Connor Der war damals noch kein Präsident Der war damals nur der Commander in Charge Hast du ja gehört Präsident war er hier noch lange nicht Präsident war er erst, als die den Krieg gegen England dann gewonnen haben Und die zurückgeschlagen haben, die Engländer Und dann wurde die Unabhängigkeit Erklärung da geschrieben mit den ganzen Gründervätern Und erst danach wurde George Washington zum Präsident gewählt Er war der Erste Aber hier ist alles noch englische Krone, die hier das Sagen haben Du bist immer noch hier? Ich frage mich nur Was geschieht jetzt? Es gibt eine Menge zu tun Washington muss festlegen, wann und wo wir als nächstes zuschlagen Und wir müssen unsere Botschaft ausarbeiten Botschaft? Wir müssen sofort die Flugblätter kontakten Damit jeder weiß, dass die Loyalisten das Feuer in Lexington eröffnet haben Aber niemand weiß, wer zuerst schoss Genau deshalb müssen wir das schnell verbreiten Wir legen die öffentliche Meinung fest Das scheint unehrlich Vielleicht Na und? Das Volk muss glauben, dass wir in Notwehr handelten Sonst hätten wir Verrat begangen Habt ihr aber Sollen wir uns lieber einem Tyrannen beugen? Ist es das, was du vorschlägst? Nein, natürlich nicht Niemandem sollte die Freiheit verwehrt bleiben Trotzdem, die Wahrheit zu beugen Scheint mir ein gefährlicher Weg zu sein Verstehe, Connor Dass dieser Krieg nicht nur auf dem Schlachtfeld Sondern auch in Herzen und Köpfen geführt wird Etwas Theater kann da nicht schaden Vor allem, wenn es Leben rettet Tja Verräter an der britischen Krone waren es trotzdem alle Deswegen ist der Krieg ja auch ausgebrochen Aber naja Geschichte wird dann immer von den Siegern geschrieben, ne? Dann wird dann einfach mal behauptet Dass die Engländer zuerst geschossen hätten So Also Flugblätter aufhängen Wo befinde ich mich denn gerade? Irgendwas Wichtiges noch in der Nähe? Nö Könnte aber mal anfangen Hier zum Beispiel da den Aussichtspunkt holen Da muss ich sowieso in die Richtung 200 Meter, das geht ja noch Sieht auf der Karte immer viel länger aus Au Ah, ich freue mich schon, dass es diese Woche immer wieder ein neues Spiel gibt Neues Let's Play, was dann auch anfängt Jetzt die nächsten Tage Mal gucken, wann das Spiel eintrifft bei mir Days Gone Ist ja jetzt echt auch wieder so eine Phase Was Spiele angeht, wo nicht so viel Neues erscheint, ne? So ein Resident Evil Remastered war noch ganz cool Das Remake Und dann musste man erstmal wieder warten So, aber Diese Woche ist es endlich soweit Endlich ein neues Spiel Days Gone Und nächsten Monat kommt dann auch noch A Plague's Tale Was ich auch noch spielen werde Wieder ein bisschen über die Bäume laufen hier Guck mal, das ist ein Leuchtturm Schon wieder an der Küste Jo Lagerfeuer da unten Hier in der Bucht Ist der Leuchtturm eigentlich ein wichtiger Punkt? Das ist da, wo die Kiste ist Wohl ich mal Äh, nicht ganz Aber ich glaube, der Leuchtturm ist ein Aussichtspunkt Eine Ziege Ne, das ist ein Schaf Keine Ziege Ziege gibt es nur in Odyssey Nicht gegen den Baum laufen Und so Auf die andere Seite stellen Pfeifen Kiste öffnen So Wenn man für so viele Aktionen immer nur eine Tasse hat Öffnen Pfeifen Alles da So Leuchtturm erreicht Und man sieht aber nix Einfach nur so ne Graue Masse Ist es ausgedachte Geschichte Oder Teil Äh, Wahrheit Beides Assassin's Creed ist immer gemischt Es wird die Wahrheit Die richtige Geschichte Vermischt mit der Geschichte von Assassin's Creed Das wird immer so Ineinander eingebaut Was die aber sehr gut machen Vieles, vieles Ähm Von den Missionen hier Gerade Gerade auch hier Was amerikanische Geschichte angeht Ist genau so Auch passiert Die ganzen Schlachten Der Ritt durch die Nacht Nur Du musst dir halt Vorstellen Dass dieser Connor hier halt Ähm Dich dazu gehört Zu der richtigen Geschichte Aber ansonsten ist Assassin's Creed immer Richtige Richtige Geschichtliche Ereignisse Verbunden mit erfundener Assassin's Creed Geschichte So, so ist das aufgebaut Das System Moment, da ist noch ein Ähm Auswegspunkt Aber zum Beispiel Die Boston Tea Party Ist genau so Also wie Eigentlich von dem Spiel hier Die ganzen Ereignisse Du musst dir halt nur die Die erfundenen Assassin's Creed Charaktere Wegdenken Dann stimmt das Meister Dafür ist ja auch die Datenbank da Da kann man Alles nachlesen Was hier in der In der Datenbank Drin steht Das sind ja die Richtigen Ereignisse Und dann kann man sich das Nachlesen Ähm Was damals alles Passiert ist Mit den ganzen Zeitangaben Und sowas Hier Das Massaker Von Boston Die Boston Tea Party Das sind alles Richtige Ereignisse Die damals Geschichtlich Die in der Wirklichkeit Passiert sind Da lernt man mehr als in der Schule Das stimmt ja Aber nur weil es Interessanter Erzählt wird Als in der Schule Ach ne ist das schon wieder Dieser Baum Ich muss glaube ich Zu diesem Ast Darüber schwingen Ja Boah Ha Jetzt habe ich es Banana Hallo Ich werde sterben Au Warum war da kein Heuhaufen Halt Was ist dein Begehr Was ist mein Begehr Ein ganz gehobener Oder Shakespeare im Park Oder was Ich suche nach Israel Putnam Auf wessen Befehl Samuel Adams Folge mir Amerikanische Geschichte Ist aber schon lange bekannt Also Das lernt ja jeder In der Schule Oder auch Für Unity Breeds Ein guter Beschuss Und guter Beschuss Der Bastard Ist der größte Maulwurf Von allen Nur ab und an Kommt er raus Um zu provozieren Oder Kanonengröße zu senden Doch das macht nichts Der kriegt noch früh genug Was er verdient hat Genau amerikanische Geschichte Ist ja bekannt Er lernt ja jeder In der Schule Oder auch Französische Revolution lernt ja auch Ist auch immer Ein großes Thema Was man in der Schule Durchgeht Über mehrere Wochen Und französische Revolution Ist ja das Thema Von Unity Was sie da auch Sehr gut eingebaut haben In die Assassinen Templer Geschichte Das ist halt immer Derin große Stärke Fiktion mit Realität Vermischen Boah das Schlachtfeld Tobt aber hier Die große Schlacht Von Bunker Hill Ist übrigens auch Wieder ein geschichtliches Ereignis gewesen Eine echte Schlacht Die große Schlacht Von Bunker Hill Kann man auch Bücher drüber lesen Ich gebe nicht auf Entschuldigung Gentlemen Wir sollten auf Bunker Hill bauen Breeds ist näher an der Stadt Aber auch viel näher An ihrer Artillerie Unsere Befehle stammen von Männern Die so weit entkannt sind Dass die Vernunft uns nötigt Nach unserem eigenen Ermessen Eine Entscheidung zu treffen Wenn ich doch wenig So Sind wir mitten auf dem Schlachtfeld hier Wuhu Au Gezwungen Seinen Arsch hoch zu kriegen Ich wisse diese Platte Wenn ich Erfolg hatte Und ich werde eine schöne Rede An deinem Graben halten So Charles Ohne Schaden Erreichen Ohne Schaden zu erleiden Zum Schiff begeben Flagge hissen Yeah Wuhu Cool Das war fast Charles Wow Wow Au Er hat mich da zu mir aber zerlegt Weil dann hier einfach Die ganze Umgebung Zunicht Hey Charleston durchqueren Ohne Schaden erleiden Nein Nein Oh ja Die passen den Weg dafür Charleston Town Da darf ich nicht lang Ich will hochklettern eigentlich Hm Geht jemand in den Zaun Wow Der sagt knapp Wegbleiben von der Hauptstraße Da komm ich nicht rauf Oder was Doch Wir müssen zum Kriegsschiff kommen Boah wie viele Soldaten Davon nicht stehen Oh oh Ich schwimm dann einfach mal Vielleicht bin ich im Wasser ein bisschen sicherer Hab Schaden erleidet Ja aber nicht durch die Kanonkugeln Sondern durch den Sturz Gerade vom Dach Egal Beide Schiffe ausschalten Okay Ich fang mal hier an Das Schwarzpulver im Laderaum des Schiffes anzünden Immer die Wache in der Hand Ähm Ich lasse manchmal mal auf Weg mit dir Oh Aua Kommt der dicke Schotter hier an Wollt ihr jetzt schlagen oder nicht Runter So So Ein Kriegsschiff ist schon mal weniger Wenn wir das nächste Mal schön die britische Marine ausschalten Hey Daniel Hallo Das Netz ist mir ja gerade ein wenig im Weg Was die Kamera angeht Immer ist das Seil im Weg So Oh noch so einer Und runter mit dir So Daniel Das ist so ein Schwachsinn Was du erzählt Wie kommst du auf sowas Ach kacke Ich muss ja auch noch die Die Flagge hissen Äh Auf jedem Schiff Nicht nur Spreng Erst Spreng Und dann Das wurde gesagt Nö Ich muss ja auch noch die Die Flagge hecht Die Flagge hecht Die Flagge hecht Und dann Bis zum nächsten Mal Und dann Echt Ach, eine Verlage reicht doch schon. Okay, nicht beide. Ich dachte, ich muss noch wieder zum anderen Schiff zurück. Köpfer! Ein drohender Konflikt. Das war's. Hä, wir sind da schon wieder in Wasser gesprungen. Yay, ich bin am Land. Das Pferd besteigen. Daniel, der kann das doch gar nicht bestimmen. Mensch, denk doch mal selber ein bisschen nach. Oder versuch dich selber ein bisschen in das Thema einzulesen und zu informieren. Und hör nicht darauf, was andere Leute sagen. Sondern lies dir die Texte von den Gesetzen durch. Sowas kann der auch gar nicht bestimmen oder sonst irgendwas. Aber, naja. Das Thema ist sowieso schon oft genug besprochen worden. Ich kann dir nur sagen, das, was du da als Information hier auch verbreiten möchtest oder sonst irgendwas, stimmt nicht. Und lass es lieber. Man sollte sich mit wichtigeren Sachen beschäftigen. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Wart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Fortnite gar nicht. Fortnite mag ich nicht. Und Destiny nur, wenn interessante neue Inhalte kommen, die mich interessieren. Ich spiele doch genug Spiele immer. Jeden Tag. Verdammt. Verdammt. Geschafft. Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt fürchte ich. Doch. Solche Lügen brachten uns soweit. Was ist mit Pitca? Er verließ Boston. Wie ich vermutete. Hat ein Lager auf Morten Hill bezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du außen herum bist. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Viele Rotröcke. Wir haben keine Zeit. Du musst den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Wo kommt plötzlich die Musik her in der Sequenz? So, jetzt sind wir schon bei Morten's Hill. Nicht mehr Banker Hill. Die ganzen Hills hier. Musik ist aus. Hat sich einfach Musik reingeschlichen. Könnt ihr mal aufhören zu schießen? Ich laufe doch hier nur. Musik ist aus. Musik ist aus. Musik ist aus. Ja, ich habe extra gewartet, bis Dick anfängt zu schießen. Die hat hier trotzdem ständig getroffen. Musik ist aus. 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 nein ich hätte doch fast geschafft jetzt bin ich wie es vom schlachtfeld weg die minima wie viele rote leute da rumstehen ist auch eine mächtig blöde idee gewesen einfach so über das schlachtfeld zu laufen jetzt gehen wir uns aber den befehlshaber von hinten ausschalten dukt dich doch naja da komme ich nicht durchs gebüsch da auch nicht hey wo kommt ihr denn her alter paar viele nicht den weg hört auf mir hinterher zu laufen sucht euch ein hobby hallo ach kann da kann man auch mal bitte hier rauf gehen dankeschön so runter vom pferd warum warum denn nicht hast du das getan um adams und hancock zu schützen und ihre dienstherren du wolltest sie töten sie töten bist du verrückt ich wollte nur verhandeln es gab vieles zu besprechen zu erklären dem hast du ein ende gesetzt wenn das die wahrheit ist überbringe ich ihnen deine letzten worte sie müssen die waffen niederlegen sie müssen den krieg beenden warum sie und nicht die rot rücke glaubst du wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten solche dinge brauchen zeit wir hätten erfolg gehabt hätte ich meine rolle erfüllt die rolle des puppenspielers besser wir halten die fäden als ein anderer nein es sollte keine fäden geben alle sollten frei sein und wir alle sollten in luftschlössern leben du führst deine klinge wie ein Mann aber du redest wie ein Kind und deshalb werden noch mehr stärken wenn wir haben überwinden wir das die 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 Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gottverdammt! General Putnam, du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut, so schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren und zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Posten ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Das war die Schlacht von Bunker Hill. Das Weiße in ihren Augen. Jetzt kommt das Attentat auf George Washington. Sequenz 7 beendet. Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt. Ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten. Und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln. In etwas Kaltes und Geordnetes. In etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten. Auf das sein Traum wahr wird. Und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen alle Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. So, wieder einige. Ein Jahr später, glaube ich. 1776. Da wird von Siedlung. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte. Doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder dein Vater verfolgt. Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexus? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Hm. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander-in-Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Weh. Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Neue Stadt wartet dann. New York. Schlacht von Banker Hill. Die ist hinüber. Also, ist halt schon eine interessante Geschichte, ne? Auf der einen Seite hilft Connor natürlich den Kolonisten, den Patrioten hier, sich gegen England aufzulehnen. Gleichzeitig sorgt er aber auch dafür, dass sich die Kolonisten hier in dem Land noch mehr breit machen und die Ureinwohner, wo er ja eigentlich auch dazu zählt, mit seinem Stamm und sowas, die dann immer weiter verdrängt werden. Die kann er nicht mehr retten. New York. Wie komme ich denn am besten nach New York? Da gibt's noch keine Schnellreise. Doch, gibt es. Interessant. New York. New York. Die zweite große Stadt nach Boston, die man hier bereisen konnte. New York City. Attentat auf George Washington verhindern. Auf den Commander in Chief. Auch wenn hier in New York und Boston eigentlich sowas von gleich aussehen. Gleiche Farbgebung, gleiche Häuser. Aber da steht er ja schon. Naja, sag doch, ich nehme, nehme ich auch mein Pferd. Also, was ist dein Gewinn bei all dem? Derselbe wie deiner. Frieden. Stabilität. Frieden. Ein Land, in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassine. Und ein recht guter dazu, soweit ich weiß. Aber ich hoffe, eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer, in zwei Welten gleichzeitig zu leben. Also entschied ich mich für einen. Ich verstehe. Ich helfe immer noch, wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Tja. Er hat also keinen Bock mehr, Assassine zu werden wie sein Vater. So, hier haben wir den Hafen da vorne schon. Der Hafen von New York. New York Docks. Was kannst du mir über Thomas Hickey sagen? Er war der Kopf eines Fälscherrings hier in der Stadt. Finde den Sitz seiner Organisation. Wir lassen ihn verhaften. Vom Gefängnis aus kann er dem Commander nichts antun. Weißt du denn, wo er ist? Nicht exakt, aber... Ich habe eine Idee, wo wir die Suche beginnen können. Okay. Dann sag halt, wo. Alles hier nur patriotische Soldaten auf der Straße. Hier sind die Rotröcke schon recht vertrieben worden aus New York. Sieht man hier auch an den Flaggen. Keine englischen Flaggen mehr. Sondern die der Kolonisten. Sind wir schon da, ne? Der Rettet wird viel zu langsam. Kann nicht mal mehr Gas geben. Ah, endlich. Wenn es ein Schmuckderring sein soll, dann auf jeden Fall. Oder Fälscherring. Geld ist immer nur buntes Papier. Das war der, den ich verfolgen muss. Ich dachte, das wäre eben noch der Typ, den ich hinterher reiten muss. So, den Fälscher verfolgen. Das war der, den ich hinterher reiten muss. Das war der, den ich hinterher reiten muss. So, den Fälscher verfolgen. Kurz mal hier warten. Bevor er sich wieder irgendwie schnell umdreht oder so. Okay, er ist um die Ecke. Na, siehst du, da dreht er sich nämlich nicht wieder um. Das machen die immer so. Die fühlen sich beobachtet. Wie lange bleibt er denn da stehen, ne? Geh weiter, endlich. Okay, er geht in die Gasse. Weg von der, von der Leiter. So. Er ist noch da. Hopp. Wo will der ganz hinlatschen? Halbe Stadtreise mal wieder. Ich glaube, da sind die Leute. Ja, da sind sie. Ah, ich habe gehofft, dass er vielleicht ein bisschen dichter kommt, der Typ, der da eben lang gelatscht ist. Dass ich ihn ganz unauffällig, äh, um die, um die Seite ziehen kann. Aber der stand ein bisschen zu, zu, zu weit weg davon. Ach, guck mal, hier oben ist auch eine gute Position. Versteckt die Blüten besser. Die Wache ist hinter uns hier. Wie? Was ist passiert? So ein Cremer ließ mich ausschliegen. Riet nach der Wache, doch ich konnte entwischen. Der Boss wird stink sauer sein. Nicht so, wie wenn er mich geschnappt hätte. Und? Wir haben fast alles, was wir für den Plan brauchen. Dann sag ihm das. Ich warne die anderen. Oh. Hier, über mir ist irgendwie eine Kiste oder irgendwas zum Aufheben. Man hört das Geräusch. Und keine Zeit dafür, weil ich den Schmuggler noch weiter verfolgen muss. Wer will denn schon das alte Schulhaus renovieren? Keiner. Kann ich ihn nicht einfach in den Brunnen schubsen? Leute, er geht da auch rein. Ach so, der versteckt sich vor den, vor den, vor den, vor den, vor den, vor den, vor den Soldaten. Interessant. Ist er bald da? Ach, wieder belauschen. Ich hasse belauschen. Besonders, wenn die sich dabei noch bewegen. Die reden ja noch nicht mal. Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute nachher schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen den Wachen? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auch auf und halte Abstand. Kaum zu fassen, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Ich habe die Familie Browns ein tief empfundenes Beileid aus und erinnert daran, dass das... Ich fasse, was wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behandeln. Pah, Revolution. Eine Bande Unruhestifter macht die Pferde scheu, weil ihnen jemand Flausen in den Kopf gesetzt. Gute Männer? In Ernst? Na klar. Du und ich und Hickey. Pechböbel, die nur versuchen zu überleben. Halt. Auf. 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 Ach Gott. Da sind die nervigsten Missionen. Kann ich jetzt endlich fertig sein? Redet doch weiter. Soldaten. Na toll. Wieso haben die nicht weitergeredet? Ich war doch noch im Gebiet drin, Mensch. Gott sei Dank, dass sie in Origins Odyssey sowas alles weggelassen haben. Leute belauschen und Leute verfolgen und sowas. Na, redet doch. Das sollt euch belauschen, aber die sagen nichts mehr. Die sind jetzt kaputt. Na, endlich. Alter, ich bin doch hier oben. Ich kann es mich gar nicht sehen. Ja. Ich hörte, was auf dem Markt passiert ist. Der Boss will uns alle im Laden sehen. Heute nachher schlagen wir zu. Macht er sich etwa Sorgen wegen dem Böch? Ich sage dir, es ist nichts. Hat er nicht den geringsten Ärger, seit ich entkommen bin? Natürlich passe ich auch auf und halte Abstand. Ohnecke. Kaum zu fassend, dass wir das wirklich durchziehen. Wir sind Helden. Wir beenden all das Gerede über eine Revolution. Die werden uns bestimmt wie Könige behalten. Revolution. das nerven die kinder ja auch noch super das glaube ich hinterher das passiert ja nix wenigstens ziel angekommen na wer wohnt da wir treten glaube ich die tür ein was soll das vielleicht was geht's dich an sollte dein orden nicht ausgelöscht sein schätze dann muss ich das richtig stellen packt ihn schäfer schöner wandsprung wandsprungattentat noch einer packt ihn na ich gehöre nicht zu Hickey ich will den schnappen blöde Soldaten ey niemand ram oder schubsen klar ich mach mich doch grad vom acker fahrt gott sei dank kam das pferd grad in der phase konnte ich ihn auch gut ram was falschmünzerei nicht hör zu hier steht wichtigeres auf dem spiel dieser mann hat vor aua so ausgenockt super jetzt werden wir als als falschgeld äh drucker angeklagt jetzt kommen wir in die in die ähm in das gefangenen lager oder war das doch damals das gefangenen outfit du hast mich vermisst süßer was nichts zu sagen wenn du hier bist ist washington sicher war 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 aber ich glaube ich wird gerade begnadigt charles lee holt die natürlich raus vielen dank für die rettung gentlemen es dürfen keine fehler mehr passieren thomas ist das verstanden das ist mit dem assassinen er ist hier direkt in der zelle leben meiner wir haben doch nicht alle erwischt was kümmert euch drum charles sofort so was machen wir du bist der bursche vom kontinentalkongress adams kleiner schoßhund ich habe da eine idee ja zwei fliegen mit einer klappe erzähl wenn die zeit reif ist der assassine wird uns schon nicht davonlaufen zunächst sollten wir dir eine bessere unterkunft suchen was redest du da ich dachte ich komme hier raus ich fürchte du kommst ein weilchen nicht raus wegen benjamin talmage er zerreißt sich das maul erzählt alles mögliche du wirst verdächtigt einen anschlag auf george washington vorzubereiten was für ein plopper maul ich dachte ihr kümmert euch daran wir besprechen das woanders so nun sind wir eingekerkert aber wir haben wenigstens einen eigenen eimer das ist auch cool so sind also schon durch die sequenzen schon fast alle durch ne wie viel gibt es noch ne sieben sieben ist abgeschlossen da war ich das ist die achte acht ne zwölf gibt es aber die sind kurz naja so na gut Leute ich werde mal für heute für heute schluss machen jetzt halb zehn und es ist auch nicht so viel nicht unbedingt viel los heute hier was stream zuschaut links angeht deswegen gehe ich jetzt mal abend essen und ja vielleicht gibt es morgen morgen noch den nächsten stream und dann hoffe ich dass ich jetzt die tage bald anfangen kann mit days gone dass ich da aufnehmen kann dass das spiel eintrifft release ist zwar erst freitag aber ich hoffe dass ich das noch irgendwie vorher bekomme und damit geht es dann auch diese woche weiter mit let's plays also morgen das nächste assassin street video dann morgen nochmal ein live stream und die tage dann days gone als neues let's play projekt also na gut ich wünsche euch einen schönen abend noch und danke an alle die also an alle wenigen die heute eingeschaltet haben hier im live stream vielleicht hat es ja trotzdem mir gefallen vielleicht sind nächstes mal wieder ein paar mehr Leute dabei oder das spiel interessiert halt leider keinen mehr glaube ich ich habe trotzdem noch spaß dabei also danke dass ihr da wart ich wünsche euch eine gute nacht und bis zum nächsten mal ciao